Ja, Karpfen machen ist eine tolle Sache. Vor allem der Bursche, der ist losgestartet hier, als ob der um die Insel rumschwimmen will. Ich muss wirklich sagen, die Route macht einen fantastischen Job. Die ist wesentlich steifer als ich zuerst dachte. Und ja, den Rest muss der Elastik machen. Das Komische ist bei den Karpfen manchmal, die, die vorsichtig schwimmen, die geben auf einmal Gas und da sind meist dann die Großen. Mal schauen, was hier hochkommt. Eine Riesenrakete wird es nicht sein, aber ich denke, ein guter Fisch. Zur Information, ich fische momentan gerade hier den Holo Elastik in 2,2 Millimeter mit 800 Adenum. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn die größeren Fische erstmal gehen. Die sind weg vom Futterplatz. Die können sich erstmal irgendwo anders austoben. Und den Rest macht man halt immer wieder mit etwas Gummi geben und wieder etwas Gummi reinholen. Tja, wer bei dem schönen Wetter nicht angeln geht, ist selbst schuld, ne? Tja, wer bei dem schönen Wetter mich. Kommt vor, los angeln!